Deutschland verliert hochverdient mit 4 zu 1 gegen Japan, so das ernüchternde Fazit des ersten Spiels der aktuellen Länderspielpause. Dabei fing das Spiel eigentlich recht gut an. Deutschland ist recht gut reingekommen mit einem hohen Pressing und konnte so sich die ein oder andere Chance rausspielen. Aber auch Japan hat wirklich gut mitgespielt, ist auch hoch angelaufen und dementsprechend war es in der ersten Halbzeit ein wirklich offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, weil halt auch Japan vorne drauf gegangen ist und rein von den Chancen hätte ich in der ersten Halbzeit ein Unentschieden für gerecht gehalten. Dennoch ging Japan eben mit einer 2 zu 1 Führung in die Pause aufgrund der mangelnden Defensivarbeit der deutschen Mannschaft. Zum einen war es eben Schlotterbeck, der zweimal die Flanke zulässt und dementsprechend wurde es halt in der Mitte gefährlich, aber da wurde es auch jeweils nicht wirklich gut verteidigt. Vor allem beim zweiten Gegentor, wo man halt wirklich gar keinen Zugriff hat, sowohl auf Passgeber als dann auch auf den Torschützen. Dennoch war das Spiel der deutschen Mannschaft in der ersten Halbzeit und im eigenen Ballbesitz eigentlich recht vielversprechend. Man hat ja eben mit Kimmich als inversem Rechtsverteidiger gespielt, der also im Ballbesitz ins Mittelfeldzentrum neben Chan rückt. Dann hat man eben im Ballbesitz ein 3-Box-3 gehabt mit einem 4er-Mittelfeld und das hat eigentlich recht gut geklappt. Hat er so quasi das System von Guardiola bei City kopiert. Durch die taktische Herangehensweise mit den asymmetrischen Außenverteidigern war das Spiel ohnehin recht linkslastig, vor allem im Aufbau und so hat man es dann echt gut hinbekommen, dass man Sané auf der rechten Seite gut isolieren konnte. Der hat da oft die Breite gehalten und das Ziel war dann immer die Japaner auf die eigene linke Seite zu lenken und dann das Spiel eben schnell nach rechts zu verlagern, wo dann eben Sané in der 1 gegen 1 Situation kommt. Und da wurde es dann auch oft gefährlich. Sané ohnehin der beste deutsche Spieler, vor allem in der ersten Halbzeit, konnte da dann immer, weil er sehr breit gestanden ist, als Touchline-Winger agieren und den Ball mit Rücken zum Tor mit dem starken linken Fuß erhalten und direkt aufdrehen, da dank der inversen Positionierung Kimmichs eben der Passweg zu ihm aufgegangen ist und Süle beispielsweise ihn da oft schon im Aufbau finden konnte. Bis dahin war das Spiel ja eigentlich noch okay, also zumindest im eigenen Ballbesitz. Gegen den Ball hat man halt wieder dumme Fehler gemacht, aber ich fand jetzt vom System her kam das eigentlich den Stärken der Spieler zugute. Gerade Gündogan kennt ja die Rolle, die er da gespielt hat. Auch Can wurde dann eben im Spielaufbau dementsprechend gut von Kimmich unterstützt. Wirtz war wirklich gut zwischen den Ketten, hat einige gute Pässe gespielt und halt eben vor allem Sané kam da zur Geltung. Auch der Dreieraufbau war eigentlich sinnvoll, gerade für Schlotterbeck, auch wenn er gute Pässe gespielt hat, hat er halt vor allem den einen katastrophalen Fehlpass gespielt, wo dann Ueda die Chance nicht nutzt, weil Ter Stegen wieder einmal überragend im 1 gegen 1 pariert hat. Trotz vielversprechender Ansätze, die sich vielleicht noch verbessern im Zusammenspiel, wenn man öfters in dieser Systematik spielt, kam dann halt eben die zweite Halbzeit und das war wieder mal eine Offenbarung des deutschen Fußballs. Denn es war dann halt eben so, dass Japan natürlich geführt hat. Dementsprechend konnten sie jetzt tiefer verteidigen, sind nicht mehr wirklich vorne drauf gegangen. Zunächst haben sie es im 4-4-2 verteidigt, später nach der Umstellung dann im 5-4-1 und Deutschland hatte halt einfach überhaupt keine Ideen. Ich habe wirklich alles angeschaut. Es gab in der 47. einen Kopfball nach Ecke von Süle, der eigentlich keine wirkliche Chance war und in der 82. einen Rüdiger-Kopfball auch nach Ecke, was auch wirklich ziemlich klar vorbei ging. Und das waren wirklich alle Chancen in der zweiten Halbzeit. Also nichts aus dem Spiel heraus und selbst nach Standards nicht wirklich gefährlich. Also das war wirklich blamabel. Gegen einen tiefen Gegner keinerlei Ideen, nichts kreiert bekommen. Und das lässt einen wirklich ratlos zurück. Man konnte den Ball zumindest zunächst recht gut in den Reihen halten, bis dann eben Gosens kommt, einfach den Ball verliert. Dann fällt das 3-1, dann ist man komplett verunsichert. Und es fällt auch noch das 4-1. Zwei Vorlagen von Kubo nach Einwechslung. Und dementsprechend war es letztendlich ein leichtes Spiel für die Japaner, die dann eben noch die weiteren Tore machen. Was aber auch hoch verdient war. Ich meine, in der kompletten zweiten Halbzeit. Japan war immer gefährlich, immer mit Kondern gelauert und dann eben auch zu Chancen gekommen. Einzig und allein Ter Stegen kann man verdanken, dass es nicht schon früher so hoch steht. Und ja, das lässt einen wirklich ratlos zurück. Ich weiß auch nicht, da kommen keinerlei Ideen aus dem Spiel heraus. Man hat ja dann auch umgestellt in der 64. auf einen 4-1 Aufbau mit Pascal Groß. Aber das hat auch nicht mehr wirklich funktioniert. Da waren dann die Abstände zwischen erster und zweiter Linie im Aufbau viel zu groß. Dementsprechend kam man dann letztendlich gar nicht mehr nach vorne. Und so endet das Spiel halt eben mit einer erneuten Niederlage. Aber das wirklich ernüchternde ist ja dabei, dass wenn man zurückschaut auf die WM, hat man ja auch das erste Gruppenspiel gegen Japan gemacht. Und rein von den Chancen war man ja damals sogar besser. Hat besseren Fußball gespielt. Ist dann durch Leichtsinsfehler, sage ich jetzt mal, in Rückstand geraten. Und hat das recht unglücklich verloren. Jetzt ist es halt komplett anders. Man hat hier wirklich verdient verloren, weil man gegen Japan keine Chancen rausspielen konnte. Und das ist halt erneut besorgniserregend. Wieder mal eine verdammt schwache Leistung. Ich weiß nicht, wie das noch was werden soll. Aber ich meine, ich habe es ja schon im Vorhinein gesagt, wir sollten nichts erwarten von der Mannschaft. Dann können wir nicht enttäuscht werden. Mal schauen, was dann eben noch gegen Frankreich im Spiel passieren wird. Eigentlich liegen einem ja solche Gegner tatsächlich mehr. Aber ich glaube ganz ehrlich, Frankreich spielt noch weniger Fußball wie Japan. Geht weniger vorne drauf. Also das kann auch ordentlich in die Hose gehen. Aber was will man machen, Mann? Ist jetzt einfach so. Wir können auch nichts dran ändern. Mittlerweile muss man es ja fast schon mit Galgenhumor nehmen. Aber das soll es mal zu dem Spiel gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel oder zu meinem Bericht in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.